Hey yo, schau dir den an, was hat der für eine Jacke an? Was, ich? Ja, du! Ich fahr doch keinen Roller. Das ist doch auch nur so eine 125er. Irgendwie hat er ja recht. Mit dieser Hitze, das permanente An- und Ausziehen, das nervt schon richtig. Vielleicht sollte ich mit kurzer Hose fahren und T-Shirt. Machen viele andere auch. Wird ja schon nichts passieren. So oder so ähnlich geht es vielen jungen Leuten, die mit dem Motorradführerschein anfangen. Gerne wird ihr oft mit T-Shirt und kurzer Hose gefahren. Solange nichts Schlimmeres passiert, auch mit 50 kmh kann man sich schwer verletzen. Ich kann nur an jedem empfehlen, lasst euch nicht irgendwie von eurer Meinung abbringen. Das ist so der Punkt, wo sich die Streu vom Weizen trennt. Ich will jetzt nicht über Rollerfahrer schimpfen oder so, aber die fahren halt meistens mit T-Shirt und kurzer Hose. Und die werden auch von mir nicht gegrüßt. Wenn, dann passiert es reflexartig. Ich kann euch selbst erzählen. Und als ich angefangen habe, ich habe halt so meine erste Regenjacke genommen und so eine Goratex oder wie das heißt. Und dachte mir, ja fahrst mal eine Runde und mich hat keiner gegrüßt. Den Respekt oder dazugehören tust du erst, wenn du auch auf dich selbst achtest beim Motorradfahren. Harley-Fahrer, das ist ja ein Sonderstatus. Die gehören natürlich auch dazu, aber denen erkennt man es nicht gleich an. Naja, die haben dann die Protektoren drunter oder haben eigene Kleidung. Es schaut halt anders aus. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur jetzt nahe legen, wie es ihm geht. Man denkt dann auch in der Früh oft, boah scheiße, da sind die Klamotten, dann kauft euch wirklich einen Roller. Bitte, dann kauft euch einen Roller. Da habt ihr wenigstens ein bisschen vorne einen Schutz drauf. Und man kommt nicht gleich so mit dem Knie so direkt am Boden ran. Aber lasst es dann halt. Schaut es auf euch selbst. Das wollte ich eigentlich loswerden. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.